Äh. Toll. Bewegen können wir uns nicht? Ist nur die Frage. Okay. Mal sehen. Ach, da will sie hin. Aha. Alles klar. Na, dann hoch und hier. Alte Geier, Junge, 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 Junge. Erstmal. Zack. Jetzt können wir noch mal das Drehchen drehen. Da, 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 da. Mal sehen, was der Kapitän gehörtes hat. Oh. War das gerade schwierig? Das ist schwierig. Ein niedriges Gebot. Hey, komm! Du sollst... Ja... Na, endlich! Schwierige Geburt, muss ich ja mal sagen, ne? So, hier muss irgendwo das Dokument liegen. Oh, da ist Mom! Oder was Grünes. Alter Falte! Ah, jetzt! Was haben wir jetzt gekriegt als Belohnung? Fähigkeiten verfügbar, Atem des Kaiman. Halten Sie unter Wasser noch länger die Luft an. Cool. Cool, aber hier ist noch das Dokument. Lass mal Karte gucken. Ach, da, siehst du? Notiz des Kapitäts. Wir haben die Einheimischen unterschätzt. An diesem verfluchten Ort wimmelte es von Monstern, die über uns herfielen. Wir konnten sie zurückschlagen und die überlebenden Männer schafften alles Wertvolle, das wir finden konnten, aufs Schiff. Aber der Kampf muss die Höhle geschwächt haben. Sie stürzte ein, als wir sie verlassen wollten. Ich kann sie selbst jetzt noch da draußen hören, wie sie versuchen, sich durch die Trümmer zu graben. Oh, yeah. Mann, Mann, Mann. Muss ja sagen, war ziemlich schwer. Also, wir haben uns... ...mächtig dämlich angestellt. Was war hier hinten? Achso, das waren bloß... Okay. Ich dachte, gäbe noch was anderes. Da geht's raus. Haben uns richtig schwergetan, um hier das zu lösen, ne? Die... ...Gallone? 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 Ja. Oh, Mann. Ja. Gut. Jetzt sollen wir das Ding verlassen. Hier haben wir alles erledigt. Ah. Naja, gut. Ich mach mal kurz ne Pause. Bin gleich wieder da. So. Pause zu Ende. Ja, ich mein... Bei der Pause läuft natürlich auch die Zeit weiter. Die Spielzeit. Aber... Muss ja mal sein. Mann, 22 Stunden haben wir hier schon verbracht. 22,5. So, da ging's zum Ausgang, ne? Ja. War doch so, ne Kapitätskajüte. Da. Und wenn man sich jetzt mal so... Was ist hier? Oh, Gold. Das hat er uns nicht angezeigt. Da ist nochmal Gold, oder? Ja. Das sollten wir alles mit dem... Nein, die haben wir jetzt noch alles ausgekundschaftet. Hier ist auch nur ein schöner... Hier ist ein schöner Globus. Der wird mir gefallen. So, das wird mir... ...gefallen, ja. Ja. Na gut, äh... Mann, ist das nieblich hier. Ging's hier raus? Ja, ne? Ja. Kommen wir jetzt hier lang? Oh, krummelt, krummelt, krummelt. Hm. Geht bloß hier lang, ne? Oder? Ja. Gut, dann müssen wir hier doch lang. Hier geht's nicht lang. Aber ihr habt doch das Gefühl, dass wir da oben rufen müssen, oder? Von hier aus? Was? Eigentlich... Sollten wir doch... Von da sind wir doch gekommen, ne? Warte, ich... Guck vielleicht nochmal auf die Karte. Ja, ja. Von hier aus sind wir gekommen. Und mich düngts, wir müssen da hoch. Da, wo die Körbe sind. Aber kommen wir da jetzt? Dazu müssen wir ja wieder auf dem Schiff, ne? So. Warte mal, ich nehm... Ich nehme zumindest an, dass wir da landen müssen. Ist aber auch nicht so zu sehen. Ja, okay. Oh, ja. Pam, ba, ram, bam, bam. Geht's hier nochmal irgendwo lang? Ach, das war ja hier die... Zur... Dings abgeschottet. Seht ihr da hoch? Dass wir da hoch müssen? Also... Geh ich jetzt mal davon aus. Also sprich wieder... Rauf aufm Schiff. Hätten wir vielleicht gar nicht runterspringen müssen. Naja, gut. Was soll's? Was soll's? Naja, gut. Hä? Nicht dafür, wenn wir da hochklettern? Und da rüberspringen. Und da rüberspringen. Ihr wisst, wo wir vorhin schonmal waren. In den letzten Folgen. Das Ding geht... Das... Äh? Das Zeil? Könnten wir uns paar Wege sparen, ne? Kommen wir denn da ran gesprungen? Macht er denn sowas? Nö. Ne. Okay. Okay. Wir müssen also doch... Ne. Äh... Da würden wir jetzt runterspringen. Ist egal, wir können's ja mal versuchen. Aber... Ging nicht, ne? Ne, ne. Ne, ne. Naja, dann machen wir hier lang. Äh... Ja. Ja. Können wir gleich mal... Warum rutscht sie eigentlich nicht runter? Sparen wir uns jetzt das Tauchen. Mhm. Ja, ja. Weiter. Komm. Ach, geht nicht weiter. Gut. So... Ähm... El Macho? El Mikio? Nee, hier nicht. Nee, nee. Wir müssen... Eine Etage Höhe... So... Hier hoch wieder. Genau. Jetzt rüber. Und dann ging's ja hier, äh... Darüber. Und den Ausgang finden. Ja, 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 ja. Machen wir doch. So. Wir müssen... Hier hoch. Müssen? Weiß ich nicht. Also... Ich vermute es stark, dass wieder diese... Dinger da hochklettern müssen. Ansonsten waren wir jetzt... Wären wir den ganzen Weg jetzt hier umsonst geklettert? Ah... Ich... Ich sag mal ja. Ich sag mal ja, dass wir da hoch müssen. Ich sag ja, 2018 letztes Mal gespielt. Uh! Halt dich fest! So... Oh! Oh! Nicht runterfallen! Weil du jetzt runterfällst und wieder tot. Man muss halt was zu sagen haben, dass wir hier hochklettern müssen oder können. Okay. Weiter. Noch höher. Da... Da... Wenn wir da rein klettern, gehen wir wieder runter, ne? Können wir runtergehen. Oh! Oh! Okay. Ich hab jetzt echt keine Ahnung, ob wir hier lang müssen. Aber... Äh... Oh! 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 Toll! Oh! 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 Oh, da ist das Basislager. Das werden wir noch mal kurz reinschauen, dann können wir da was machen. Fertig, Fähigkeitenpunkte haben wir gekriegt. Eins, was haben wir denn jetzt gekriegt eigentlich gehabt? Ach, mit dem Tauchen, ne? Wo ist das Tauchen? Tauchen, 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 tauchen. Müsste ja hier sein, ne? Arten des Kaiman. Genau, die zwei haben wir gekriegt. Luftlänge anhalten, stapelt sich mit Atem des Kaiman. Genau. Das haben wir erhalten. Wir haben einen Fähigkeitspunkt, bringt uns erstmal nichts weiter. Wir werden weitersammeln. Ja, Ausrufezeichen, schön, schön, schön. Können wir auch nichts machen, da brauchen wir gar nicht gucken, weil sonst wäre da ein Ausrufezeichen. So, jetzt müssen wir bloß wieder zurück. Damit wir wieder rauskommen. Genau. Dann werde ich ab hier mal abspeichern. Hier müssen wir hin. Ja, doch, wieder zurück. Achso, jetzt haben wir auch hier. Das war das Grab. Das war Überlebensversteck. Ja, genau. Jetzt ist das Grab auch abgeschlossen. Hier ist auch nichts weiter. Gut. Aktuelles Einsatz hier. Ja, nee, dann werden wir hier mal aufhören. Dann kann ich im sogenannten Offline-Modus, wo ich keine Aufnahme mache, von hier aus zu verborgenen Stadt zurückreisen. Und mal die Frösche mir da vornehmen, dass ich sie finde. Ja, dann danke ich, wie gesagt, wieder fürs Einschalten, fürs Zuschauen, für eure Treue. In diesem Sinne sage ich mal, bye, bye, euer Terra. Ciao. Ja, meine lieben Freunde. Ich habe ja gedacht, ich könnte von dem Basislager aus eine Schnellreise machen. Geht leider nicht. Ah, also konnte jetzt im Offline-Modus nichts Neues irgendwie, was wir noch nicht erkundet haben, in der verborgenen Stadt. Ist sie hier noch zu sehen? Nee. Äh. Um da einige Sachen aufzudecken oder zu machen, die mit dem Fröschen, sage ich mal, ne? Leider ging das nicht. Äh. Da gibt es keinen Wegpunkt, alles klar. Wir sind ja im Grab drin, ne? Ah ja, gehen wir nochmal rau- Äh. Wieder zurück. Also müssen doch wieder durchtauchen und schwimmen. Aber warum? Ich wundere jetzt gerade, warum das? Doch, jetzt ist wieder ausgegraut. Alles klar. Wir haben es ja abgeschlossen. Hier das Grab hier oben. Das Schiff. Die Galleone. Da sollen wir hin. Mal gucken. Zeigt er uns das hier an? Schuh? Nö. Ah ja, erstmal wieder zurück. Uh, du, 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 du. Durch da. Ich freue mich, dass ihr da so zahlreich zuschaut. Wenn ich so gucke, irgendwie bei 30, 29 Zuschauer. Pro Folge. Finde ich völlig in Ordnung. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht die Folgen oder die Let's Plays, die nicht so viel geguckt werden, die pausieren zu lassen. Und mich da lieber auf die anderen Sachen zu konzentrieren. Weil es gibt ja doch, sag ich jetzt mal, bei Kingdom.com. Äh. Ja. Gut, ich meine. Ich danke da den Axel immer für die Tipps, die er ihm wieder gibt. Muss ich sagen. Auch wenn ich es ab und zu mal nicht, oder manchmal, oder meistens, nicht dran denke, dass er, der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Dass er mir die Tipps gibt. Ey, nee, wir sind hier wieder. Hä? Sind falsch gelaufen. Ah. Hinter dem Tempel sein, also. Hm, hm, hm. Sind falsch gelaufen. Aha, Terra. So, hier ist, das könnte ich noch mal bewegen, aber bringt ja nichts. Das haben wir ja schon. Ah, nee. Wieder Orientierungssinn. Wie ein Brot. Ha. Nö. Komm, durch da. Na, 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 na. Voll falsch gelaufen. So, Sammelobjekte in der aktuellen Region. Warte mal. Cenote. 17% abgeschlossen. Eins von drei Basislagern. Ja.